Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Willkommen zur Besprechung von der wilde Roboter beim Tele-Stammtisch. Hallihallo. Hier sind die Schlogger und der Timo. Schlogger winkt mal. Wir haben ja auch heute visuelle Reize für die, die den Podcast hören. Wir sehen uns heute auch mal wieder. Also nicht in real. Wir sitzen jetzt nicht nebeneinander, leider, sondern wir sitzen bei der Aufnahme und freuen uns, auch wenn es nicht so klingt, dass wir endlich über der wilde Roboter sprechen können. Ein Film basierend auf der Romanvorlage von Peter Brown. 2017 in Deutschland erschienen. Momentan wird es neu aufgelegt, deswegen kriegt man es nicht. Also nur im Antiquariat. Nicht mal bei Rebuy oder Momox oder so. Habe ich auch geguckt. Direkt geschaut. Fände es auch dreist, weil jetzt kriegst du nur diese Neuauflagen mit dem hässlichen, es ist nicht hässlich, aber das Original ist viel schöner mit dem hässlichen Filmplakat als Cover vorne drauf. Ja, das stimmt. Das ist wirklich schade. Ist natürlich cleveres Marketing fürs nächste Buch, weil, sei ehrlich, also ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass das eine Buch- oder Literaturverfilmung oder Kinderbuchverfilmung ist. Wie war das bei dir? Nee, ich wusste das auch nicht. Als ich es dann gehört habe, dachte ich, es sei vielleicht ein Comic, so wie hier vielleicht auch der Robot Dreams. Aber es ist kein Comic, es ist ein Roman mit Illustrationen. Ja. Ich höre gerade im Auto das Hörbuch, muss ich zu meiner Ehrlichkeit gestehen. Interessant, aber wir kommen da später im Lauf noch zu, was die Adaptionen und die Freiheiten angeht, was ich da so bisher bemerkt habe. Das Ganze ist ja von Chris Sanders adaptiert, der hat das Drehbuch geschrieben, gemeinsam mit anderen Kandidaten und hat auch Regie geführt. Hast du Drachenzähm leicht gemacht von ihm gesehen? Ich kenne den nämlich noch nicht. Ich habe Drachenzähm leicht gemacht gesehen, den zweiten Teil auch, den dritten noch nicht. Und das ist auch das Einzige, was ich dazu sagen kann, außer dass ich die toll finde, die Filme, ist, dass das so ein Film ist, wo mir tatsächlich die deutsche Synchro besser gefällt, weil der Hiccup hat eine ganz komische Originalstimme. So, das ist mein Hot Take on Drachenzähm leicht gemacht. Spannend. Auch wieder, wo wir einen Knoten ins Tattoo machen, wo wir nachher nochmal drüber sprechen müssen. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber du hast vorher keine Trailer gesehen oder irgendwas, ne? Zu der wilde Roboter? Ja. Nee, also kennt man ja von mir. Ich gucke mir am liebsten gar nichts an, weil ich gerne von Geschichten überrascht werde und meine Erwartungen möglichst neutral halten möchte. Aber, ja, aber, ein kleines Aber. Ich war ja dieses Jahr in Amerika auf Reisen und da war wirklich, wir waren oft im Kino und da war überall der wilde Roboter. Und da dachte ich schon, okay, das muss schon, es wird kein kleiner Kackfilm sein, es muss schon ein halbwegs großes Ding sein, wenn es da so krass beworben wurde. So, jetzt du, sorry. Ich habe das gar nicht bei Social Media mitbekommen. Du hast da gar nicht gepostet, dass du in den Starten warst, oder? Nein, überhaupt nicht. Habe ich 2000 Storys am Tag gemacht? Nein, überhaupt gar nicht. Ach, Quatsch. Ich doch nicht, ich bitte dich. Das ist mir total durchgerutscht. Also, das wäre das, also, müsst ihr ja sonst nochmal Schlogger bei Instagram gucken, ob das wirklich so ist, dass da in Amerika gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Okay, wenn du schon die ganze Zeit nicht bei mir auf Social Media warst, warst du denn die ganze Zeit auf wilder Roboterseiten und hast extrem hohe Erwartungen gehabt deswegen? Nee, aber ich war, wie es der Zufall so will, in der Tease-Me-Aufzeichnung mit Thilo und Röck und wir haben diesen Trailer gesehen und der war nur mit Musik unterlegt und da wurde nicht gesprochen. Deswegen war meine Erwartung, dass ich jetzt so einen Wall-E bekomme. Also, fast kein Dialog, alles nur über Bilder erzählt und hatte da schon richtig Lust auf den Film. Und dann habe ich den zweiten Trailer gesehen und dann wurde angefangen zu sprechen und dann dachte ich, ja, okay, mal gucken, so ganz hooked bin ich jetzt nicht mehr und irgendwann bekamen wir Mails über die Redaktion, also über meine Filmtost-Redaktion, dass wir jetzt auch mit Judith Rakers Interviews führen dürften. Dann war ich, dachte ich so, oh, Judith Rakers spricht den Roboter, hmm, finde ich das geil? Ich finde das, also dann guckst du natürlich nach, wer spricht den so in den Staaten und wie ist da so der Voice-Cast und so weiter. Und dann war meine Erwartung, es ist ein bisschen sukzessive etwas weiter nach unten gegangen. Seien wir aber ehrlich, das tut manchen Filmen ja gar nicht so ungut, um das mal so zu formulieren. Mhm, auf jeden Fall. Schleuder, kannst du für diejenigen, die von der wilde Roboter noch gar nichts mitbekommen haben und jetzt mal wissen wollen, worum es da geht, also kurz zusammenfassen, wie es inhaltlich ausschaut. Worum geht es bei der wilde Roboter? Das kann man ganz schnell zusammenfassen. Der wilde Roboter geht um einen Roboter, der außerplanmäßig auf einer wilden Insel landet, weil er da irgendwie bruchgelandet ist mit einer Kiste und muss sich dann da zurechtfinden. So einen Roboter, den kennen wir ja wahrscheinlich eher, also spielt in irgendeiner ungewissen Zukunft. Und einen Roboter, den kennen wir ja eher aus hier zu Hause, will Menschen irgendwie helfen, will eine Aufgabe erfüllen und er kommt eben auf diese wilde Insel mit lauter wilden Tieren, die natürlich keine Menschensprache sprechen, der Roboter auch nicht. Und er sucht da irgendeine Aufgabe und muss sich dementsprechend erstmal dieser Wildnis anpassen. Und dann wird er dann als letzte Zuflucht ein kleines Gänseei finden, das dann seine neue Aufgabe wird. Ja, das ist echt prima. Aber den Rest, da lasst ihr euch überraschen. Ich fange mal so an, wir haben mit der Synchro aufgehört, bevor das Inhalts-Elliliche kam. Wir hatten jetzt beide die Synchro geguckt mit Judith Rackers als Ross. Wie findest du an sich so das, was bei der wilde Roboter in deutscher Synchro passiert ist? Wir können natürlich jetzt noch nicht vergleichen, aber wie gefiel dir das? Normalerweise bin ich, sage ich ehrlich, eher ein Freund davon, wenn das gute Synchronsprecher machen. Aber Judith Rackers hat mich durchaus überrascht, was sie da geleistet hat. Wie war das bei dir? Genau, sie spricht ja Ross, das ist der Roboter. Das muss man ja auch erstmal wissen, dass der Roboter, dass der hier weiblich ist. Und bei dem Film war es so, dass mir positiv auffiel, dass wir nicht irgendwelches Name-Dropping bei den Synchronsprechern haben. Zumindest fand ich das so. Sondern es sind einfach nur, in tausend Anführungsstrichen, nur gute Sprecher, die hier synchronisieren. Und von daher ist mir das eigentlich nicht negativ aufgefallen. Ich habe erst danach erfahren, wer da alles im Original synchronisiert. Und das sind ja dann schon richtig große Namen. Und das ist natürlich cool, wenn man das dann im Original hört und diese ganzen schönen bekannten Stimmen. Sag mal bitte, mir fallen gerade keine ein. Bill Nighy spricht ja da mit. Genau, spricht auch eine Figur. Dann ist natürlich die Hauptfigur Ross von Lupita Nyong'o gesprochen vielmehr. Petro Pascal spielt Fink, den Fuchs, genau. Den kriegen wir im Deutschen dann. Und dann sind wir dann wieder dabei, dass ich auch merke, dass sich die Macher in Deutschland zumindest nicht mit diesen üblichen YouTubern oder Instagrammern oder irgendwelchen Influencern wollten schmücken. Das fand ich sehr angenehm. Denn das ist dann Axel Malzacher. Das ist auch meist die Synchronstimme von Petro Pascal im Deutschen. Und das fand ich eine sehr gute Lösung für dieses sonst sehr beliebte. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen anderen Animationsfilm gesehen, wo das nicht gemacht wurde. Da haben sie dann wieder drei, vier InfluencerInnen genommen. Und ich bin ehrlich, bei dem habe ich es dann gemerkt und dachte teilweise, ach schade, da hättet ihr euch mal lieber auf die üblichen SynchronsprecherInnen verlassen. Das wäre sicherlich ein bisschen sinnvoller gewesen. Aber so an sich, man merkt ja auch der wilde Roboter und das sage ich jetzt schon mal vorweg, der ist überraschend subversiv witzig und der eine oder andere Wortwitz ist dabei. Hattest du das Gefühl, dass in der Synchro da irgendwas von verloren geht oder war das für dich in Ordnung? Das war für mich in Ordnung. Ich bin ja eigentlich sehr Wortwitz affin. Ich kann mich gerade an gar keinen Wortwitz erinnern. Ich glaube, es gibt Formulierungen, die hätte man sie vorher im Original gehört, hätte man sich eher in die verliebt. Aber dadurch, dass wir jetzt hier die synchronisierte Version gelesen haben, waren dann so Sätze drin. Zum Beispiel sagt einmal der Roboter zu dem Gänseküken, dein Leben ist nicht verhandelbar. Und ich glaube, das klingt auf Englisch irgendwie cooler, aber dadurch, dass ich es aufs Deutsch zuerst gehört habe, fand ich das so schön. Ich meine, ich bin auch ein Fan der deutschen Sprache und von daher glaube ich, wenn man nur die deutsche Version dann hört, ist das völlig ausreichend. Oder wie ging es dir damit? Weißt du noch einen Wortwitz? Ich hatte irgendeinen Kopf, aber das ist so etwas, wo ich das Gefühl auch hatte, wie es im Deutschen übersetzt war, war es okay. Aber ich dachte so, im Englischen müsste das ja so und so heißen. Ah, das macht auf jeden Fall noch einen kleinen Ticken mehr Sinn. Ähnlich wie dir ist das bei mir natürlich mit der deutschen Sprache so, dass ich sie gerne mag. Aber sie ist manchmal ja so überpräzise. Manche Begriffe können wir dann im Deutschen gar nicht so richtig greifen. Wir hatten jetzt vor kurzem ja alles steht Kopf zwei, wo Anxiety mit Zweifel übersetzt wurde und wir alle so ein bisschen dachten, naja, so richtig. Also nur Zweifel ist es ja nicht, sondern es ist ja so ein Konvolut, so ein Paket an Begriffen, die wir da mit Anxiety bündeln können. Aber ich war damit auch total fein. Ich gebe aber auch ehrlich zu, ich habe richtig Lust, den nochmal im Original zu sehen, weil natürlich die SprecherInnen da herausragend sind. Das würde ich also wirklich gerne nochmal gucken. Ja, das glaube ich auch, dass einfach die Stimmen toll sind und dass da bestimmt, wenn man es dann auf Englisch hört, dass dann viele Formulierungen irgendwie weicher klingen, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe in meiner noch zu erscheinenden Filmtoast-Kritik, den musst du ja immer so Zwischen-Headlines schreiben und ich bin jetzt nicht von Vepedia und reißerisch da irgendwie geprägt, aber ich habe schon und das war auch mein Eindruck nach dem Sehen. Ich habe geschrieben, für mich ist das die beste erste halbe Stunde, die ich dieses Jahr bisher im Kino gesehen habe, weil sie unheimlich toll erzählt ist, ganz viel über visuelles Erzählen macht, da wird nicht viel gesprochen und vor allen Dingen fand ich sie saukomisch. Wie war das bei dir? Da kommen wir gleich auf ein Thema, was wir hier wahrscheinlich sowieso streifen wollten und zwar das Pacing. Was mir direkt aufgefallen ist, der Film geht sofort los und der hat ein wahnsinnig schnelles Pacing, also da wird nicht viel Zeit mit Erklärungen aufgewendet, man hält sich nicht lang mit Erklärungen auf deutsche Sprache, gute Sprache hier, was der Film auch teilweise gar nicht braucht, aber man merkt schon manchmal, dass man so, vielleicht weil man älter ist, gedacht hätte, okay, so ein paar Sekunden hättet ihr mir hier geben müssen. Also es fällt einem wirklich, der ist sehr schnell erzählt, ich glaube für die Zielgruppe, das mögen auch wir sein, aber vielleicht auch eher die Jüngeren, es ist auf keinen Fall was Negatives und zu deiner Aussage, die erste halbe Stunde, dass das so gut sei, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass die erste halbe Stunde besser war als der Rest. Mir ist nur gegen Ende aufgefallen, dass es dann ein bisschen mehr wurde, also da erweitert sich die Geschichte ein bisschen, was ich nicht gebraucht hätte, aber sonst hat mir die erste Stunde auch gleichermaßen gut gefallen. Ja, und ich war überrascht, als ich dann das Hörbuch anfing, hatte ich mir nämlich vorher die Frage gestellt, sag mal, ist das auch so, also Romane haben ja sonst manchmal so einen Reinschmeißmoment, aber dann fangen sie an auszuschmücken, zu erklären, eine Figur einzuführen über inneren Monolog und so weiter. Und das macht das Buch, also die Romanvorlage ist genauso, also du wirst auch ziemlich unmittelbar reingeworfen und auch du erkennst so beim Hören und beim Lesen so die verschiedenen Szenerien und du siehst, die Adaption auf der Leinwand ist sehr präzise und sehr, sehr nah am Buch, zumindest bis zu dem Teil, ich hab's noch nicht ganz fertig geschafft, aber zumindest bis zu dem Teil, den ich gehört habe. Und das ist wirklich so kurz und schnell, wie du es auch empfunden hast, so ging es mir auch, wir sind ja beide ungefähr ein Alter. Sehr jung geblieben. Ja, auf jeden Fall jung geblieben, hippe Basecap auf dem Kopf und so weiter. Aber das Buch ist tatsächlich auch genau so, also die sind richtig zackige, kurze Kapitel, ich würde mal sagen, wenn ich das Buch jetzt hoffentlich irgendwann in die Hand nehme, würde ich vermuten, einige Kapitel gehen nicht länger als eine Seite, vielleicht anderthalb. Also wie ich auch finde für Kinder, die nun einfach die Zielgruppe Nummer eins sein werden, eine richtig coole Sache, ich bin ja immer ein Freund davon, wir haben beide gesagt, wie sehr wir die deutsche Sprache lieben und ich finde Lesen ja so unheimlich wichtig und deswegen, ich hoffe, dass der Film dafür sorgt, dass einige auch das Buch in die Hand nehmen, das wäre eine coole Sache. Also ich habe kurz ins Buch reingelesen, also ich habe es nicht, weil ich hatte dann irgendwie Bock die Originalausgabe zu haben, haben wir gerade am Anfang darüber geredet, aber auf Amazon kann man die Leseprobe, kann man da reinlesen und da ist mir aufgefallen, dass wir einen relativ prägnanten Erzähler haben, eine Erzählerstimme und die haben wir im Film ja nicht. Also das ist mir nur das eine, was mir aufgefallen ist als Unterschied zwischen Buchgeschichte und Filmgeschichte. Und da bin ich sehr froh, weil ja man gerne in Hollywood dazu neigt, wenn man Romane adaptiert und dann eine Hauptfigur in einem Monologe führt, dass man sagt, ey komm, lass uns so einen Erzähler aus dem Off nehmen, dann haben wir es ein bisschen einfacher, um Brücken zu schlagen. Und ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass sie diese Geschichte anders erzählt haben, nämlich wirklich über viele visuelle Mittel und das bringt mich zu einem Punkt, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte so am Anfang, als ich die Trailer sah, dachte ich ja, ich sehe einen Wall-E und fandst du auch, dass das so ein bisschen, zumindest auch von der Struktur her, sich sehr an Wall-E, oder ich fühlte mich sehr an Wall-E erinnert? Weil auch, es gibt so einen Moment, wo der Film, wie du es ja schon sagtest, so den Rahmen erweitert und auch wieder passenderweise, ich hätte das auch gar nicht so sehr gebraucht. Und in dem Moment dachte ich, okay, jetzt sind wir bei der Struktur her wieder so ein bisschen eher so in Wall-E gefilmt. Wie war das bei dir? Ja, vor allem gegen Ende wurde ich auch an Wall-E erinnert, wobei wir bei diesem Thema, ein Roboter hat eine Aufgabe oder sucht eine Aufgabe und wird aber irgendwie in eine Umwelt geworfen, wo die Aufgabe nicht mehr erfüllt werden kann. Das passt ja auch zu hier Iron Giant oder er hat aus irgendeinem Grund seine Aufgabe vergessen. Bei Wall-E ist es auch so, weil Wall-E so lange alleine ist, geht er von diesem Müll-Dings ein bisschen weg und entwickelt eine Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob es bei Nummer 5 lebt, auch so ist. Das ist ja auch ein Militärroboter, der dann eigentlich anders agiert. Also von daher gibt es da glaube ich mehrere Roboterfiguren, mit denen wir es vergleichen können. An Wall-E musste ich aber auf jeden Fall denken, weil wir da ja auch, weil die zwei, auch Eva und er ja die ganze Zeit dieses Aufgabe haben, was auch hier unser Roboter hat. So als könnte ein Roboter nicht leben, wenn er nicht eine Aufgabe hat, die er vollführt. Also ja, ich musste auf jeden Fall auch an Wall-E und an viele andere Roboter denken. Ja. Und wenn wir jetzt über das Visuelle schon mal angerissen und gesprochen haben, jetzt habe ich ja eine Expertin hier sitzen. Ich selber bin ja, ich habe da ja gar keine Ahnung von. Ich konnte in meinem Leben nie richtig gut zeichnen. Ich habe gelesen, dass Chris Sanders sich so ein bisschen an dem bedient hat, was du schon gesagt hast. Also er hat so ein bisschen als Inspiration so die klassischen Disney-Werke genommen, unter anderem auch den Iron Giant, den wir beide glaube ich vor kurzem erst nachgeholt haben, wenn ich das richtig bei dir bei Letterboxd gesehen habe. Genau. Das heißt, wir sind da sozusagen Spätzünder. Ich fand den, vergleichst du dir gleich, ich glaube, ich sehe ungefähr gleich auf, ich fand ja die Iron Giant, ich kam mir etwas schwieriger rein, aber dann war ich irgendwann auch sehr drin. Und ich habe zu dem gelesen und da bist du wirklich Experte, weil ich dazu nichts sagen kann. Dieser berühmte Hayao Miyazaki scheint auch Chris Sanders ein bisschen inspiriert zu haben. Kannst du das auch ausmachen, dass der wilde Roboter diese Einflüsse trägt? Oder sagst du als Experte, nee, also ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Das hat eine ganz eigene, unverbrauchte Identität. Von der Animation und dem Stil her. Das ist schwer zu vergleichen, weil Iron Giant ist ja 2D animiert, sehr toll animiert. Deswegen kam ich da gut rein, weil ich total begeistert war, wie toll die Bewegungen und alles animiert eben waren. Und der Roboter in Iron Giant ist 3D animiert tatsächlich, weil er auch als Kontrast stehen sollte zu Rockwell, zu dem Ort da. Und hier, der wilde Roboter ist ja ein 3D animierter Film, der aber so ein bisschen gepainteten Stil drauf gemappt hat. Also das soll so ein bisschen, es ist offensichtlich 3D, soll also nicht wie 2D wirken, aber da sind 2D Elemente so wie Pinselstriche, die nicht so ultra clean sind, wie man es jetzt, keine Ahnung, lass es Toy Story sein. Also es soll, es bringt einen Artstil mit, einen eigenen, der so ein bisschen vom 2D inspiriert ist, aber offensichtlich 3D. Von daher würde ich eigentlich schon sagen, dass es seine ganz eigene Ästhetik hat. Und wenn es jetzt mal angenommen, es wäre kein Roboter gewesen, um den es sich hier dreht, dann weiß ich nicht, ob man diesen Vergleich zum Iron Giant unbedingt gezogen hätte. Das glaube ich auch, also bin ich sehr nah bei dir, weil ich, wie gesagt, ich habe so den Eindruck gehabt, dass das, vor einem Jahr, glaube ich, knapp diesen Wish von Disney, also den du mich, glaube ich, wo du mich ausgequetscht hast und dann im Nachhinein gesehen hast und dein, ja, sagt auch gleich, den fandst du auch im Endeffekt nicht so gelungen, hoffe ich. Ja, nee, ich fand den auch, die Story und diese tausend Anspielungen, die sie da versteckt haben, kann man machen, aber nur um Anspielungswegen einen Film zu machen. Aber auch hier haben sie ja versucht, so die alten Klassiker so ein bisschen wiederzubeleben, indem sie zum Beispiel von Schneewittchen oder Dornröschen diese Wasserfarben-Hintergründe versucht haben zu kopieren. Sieht auch ganz okay aus, aber auch hier haben sie auch ein bisschen 2D auf 3D gemappt, aber hier funktioniert es einfach nicht so gut wie in der wilde Roboter. Oder wilde Roboter, also hier kann ich schon vorweggreifen, der Film sieht einfach geil aus. Also fast jeder Frame, nicht nur vom Stil her, das, was ich schon erwähnt hatte, sondern auch die Farbgebung ist so toll. Die haben so viel mit Komplementärfarben gearbeitet, dass es wirklich richtig schön knallt und fand ich großartig. Und wie ging es dir damit als in Anführungsstrichen Laie jetzt, wie du dich selber bezeichnet hast? Sehr ähnlich und ich war kurz beängstigt, beziehungsweise hatte ich Angst vor diesem visuellen Stress, den mir doch beispielsweise Spider-Man Across the Spider-Verse teilweise bereitet hat, der ja auch eine ganze Ecke länger war. Also wir haben hier einen kurzen, knackigen Film, 95 Minuten. Da merkt man auch mal wieder, man kann so eine Geschichte rund erzählen und dafür nicht mehr als zwei Stunden benutzen. Das fand ich auch sehr angenehm und wie gesagt, visuell finde ich den herausragend toll inszeniert und animiert. Ich bin wirklich ein großer Freund von so einem Stil. Ich mag, dass sie so ein bisschen versuchen, oldschool zu sein oder oldschool zu wirken, ohne dass es halt diese Wish-Gene oder diese Wish-DNA hat, wo man denkt so, ja, das ist alles irgendwie, sieht aus wie früher, aber es fühlt sich überhaupt nicht an wie früher. Und das hat der wilde Roboter nicht. Ich finde, der fühlt sich in vielen Teilen sehr altmodisch erzählt an und auch sehr altmodisch animiert, ist aber gleichzeitig, wie ich finde, wir sind nun beide auch Elternteile, hat der so Bereiche, die der anspricht und Themen, die er aufmacht, die uns Erwachsenen durchaus auch zum Nachdenken bringen können. Und das muss ich auch wieder als großen Pluspunkt sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der uns Erwachsene, die so unterjubelt nach dem Motto, hier ist noch was für euch, dann könnt ihr auch im Kino ein bisschen lachen, ein bisschen Spaß haben, sondern ich habe das Gefühl, es war alles sehr organisch eingebettet in die Gesamthandlung, wenn es darum ging, so ein paar Anspielungen über das Mutter- oder Erwachsensein, über das Elternsein hereinzubringen. Das fand ich echt sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, also es fühlte sich da eher an wie so ein Pixar-Film, wo du auch das Gefühl hast, wie jetzt alles steht Kopf, hat es ja schon gesagt, wo man als Erwachsene den ganz anders guckt als ein Kind jetzt beispielsweise. Und hier ist es ja teilweise offensichtlicher, wir haben ja zum Beispiel so ein Opossum, eine Opossum-Mutter, die so allerhand Sprüche über ihre Kinder bringt. Oder wir haben auch so ein paar, ich nannte es in meiner Rezension Kalendersprüche, die sind eigentlich ein bisschen klischeehaft, wie zum Beispiel vorhin dieses, dein Leben ist nicht verhandelbar oder es wird einmal gesagt, ich glaube, sein Herz ist von innen größer als von außen. Und das sind irgendwie Sprüche, die so klischeehaft klingen und vielleicht werden sie euch jetzt überhaupt gar nichts sagen, aber wenn man die in den Film eingebettet sieht, da funktionieren die irgendwie einfach. Und das sind ja auch so Sachen, wo du als Eltern dann oder als Erwachsener erst mal ganz anders drüber denkst und ganz anders verarbeitest als ein Kind. Und mal ganz ehrlich, also da geht es um einen Roboter, der ein Ei behütet und dass sich das Ei als Aufgabe nimmt. Da wissen wir als Eltern doch schon, wo das hinführt. Da wissen wir doch gleich, oh Gott, es wird ein Heulfest, was wird es am Ende mit mir machen? Und das macht der Film dann ja auch. Ja, also ich habe das, wir sagen das nochmal, man muss ja nach so einer Presswurferführung immer ein kleines Statement abgeben und ich kam da mit einem sehr breiten, wohligen Grinsen raus und habe dann unter anderem gesagt, der macht so zwei, drei Momente, wo er einen so in Richtung Tränental schiebt und so mal sagt, so hier, guck mal, also guck dir das Tal schon mal an, da landest du gleich. Also ich muss nur noch eine, warte noch kurz da, ich hole dich da gleich ab. Und du denkst, ach nee, Film, ich sehe doch von tausend Meter Entfernung, du kriegst mich nicht. Und dann wird nur ein Satz gesagt, ich so, oh Gott, okay, du hast mich gekriegt. Deswegen, also wer mit solchen emotionalen, ich sage nicht Overload, aber wer zumindest sich jetzt emotional nicht so gerne packen lässt und vielleicht auch mal denkt, ah, das ist doch alles generisch und das ist doch eine große Big Budget Produktion. Also die wissen doch genau, wie sie es komponieren müssen. Das mag vielleicht den Anschein haben und das mag vielleicht sogar so sein, aber es ist am Ende wirklich so, dass man so an diesem, ich sage jetzt nicht Abgrund, aber man steht dann an dieser Stelle, wo man sagt so, wein oder nicht wein und dann macht der Film einmal so, also gibt so zwischen Zeigefinger und Daumen, macht so einen kleinen Pixi und der reichte mir dann. Du schubst dich ins Tal der Tränen. Absolut, also ich habe da nicht Rotz und Wasser geheult, aber ich habe zumindest eine schöne, also so eine angenehme, weißt du, du denkst so, ach, das ist emotional, das ist so schön gerade und jetzt brauche ich einmal kurz zwei Tränen und dann war es dann auch in Ordnung. Ja, ich glaube, ich habe auch als Statement dann danach gesagt, ich habe mich von dem Film gerne manipulieren lassen, also du weißt, was der will und auch, wir kommen ja gleich noch auf die Musik zu sprechen, die Musik ist auch, die ist pompös, die ist übertrieben, die ist emotional, die ist pathetisch und du denkst manchmal, also wenn du da als kaltherziger Mensch reingehst oder wenn dich wirklich keins der Themen Animationsfilm, Kinder oder was weiß ich irgendwie interessierst, dann sitzt du wahrscheinlich drin und denkst, hä, verstehe ich nicht, ist doch alles total offensichtlich, was hier gewollt werden will. Aber trotzdem nimmt dich das alles mit, weil es als Gesamtprodukt irgendwie so gut funktioniert. Ja, das muss ich auch sagen. Du hast die Musik schon angesprochen, die ist jetzt von Chris Bowers, den kannte ich bisher noch gar nicht, weil ich dieses Farbe-Lila-Remake bisher, also ich mag das Spielberg-Original tatsächlich sehr gerne, das habe ich bisher weiträumig umfahren, weil es ja nicht nur eine Adaption, Neuinterpretation ist, sondern auch noch ein Musical, nicht so ganz mein Genre, deswegen muss ich dem irgendwann mal eine faire Chance geben. Das kann man, glaube ich, momentan bei Wow-Sky streamen. Ja, dann gucken wir uns Stoker 2 an und dann wirst du ins Musical-Song reingedrückt und dann danach direkt Farbe-Lila. Ja, wir gucken mal. Also ich kaufe das, ich fand es gleichzeitig sehr angenehm. Ich habe vor kurzem mit meiner Tochter die Schule der magischen Tiere gesehen, wo auch überraschend viel gesungen wird und man denkt gleichzeitig, ja, aber was so ganz geil. Wieder der Vergleich zu Wish. Sieben Songs in 90 Minuten oder acht waren es, glaube ich, sogar und keiner davon, ich kann mich an keine erinnern und es ist sehr angenehm, dass das bei der Wilde Roboter einfach gelassen wird. Man verlässt sich, finde ich, auf einen, wie du schon sagtest, einen sehr schönen Score, der in den Spannungsmomenten ordentlich anzieht, der emotional dich mitnimmt und trotzdem irgendwie nicht so, ich sage, ich mag Hans Zimmer, aber Hans Zimmer ist manchmal auch ja so ein bisschen durchgenudelt. Und ich fand, das wirkte ja alles schon eine Spur frischer und eine Ecke frischer, muss ich sagen, als Score-Lion-Expert. Ich bin jetzt nicht wie Lasse aus unserem Tele-Stammtisch, aus der Redaktion, aber ich interessiere mich schon manchmal so für die Komposition. Also mir ist nur aufgefallen, da wird die volle Bandbreite des Orchesters genutzt, das wirkte halt sehr episch, das muss man mögen. Es war teilweise recht übertrieben, aber es hat, wie gesagt, in den Rest des Films gepasst. Nun hat der Film ja so einen Kern an Figuren, die er etabliert. Da ist unter anderem Ross dabei, der erste von uns angesprochene Fink dabei und natürlich das kleine Küken Brightbill. Es muss man ehrlicherweise sagen, ist wirklich Zucker, ist süß und irgendwann, wenn es größer wird, ist es auch immer noch ein Traum. Hast du irgendeinen Favoriten aus dem Cast, wo du sagst, also davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen? Ich mochte Ross am liebsten, den Roboter. Beim Fuchs muss ich ehrlich gesagt sagen, als der reinkam, dachte ich, oh okay, Klischee ist schon wieder ein Fuchs. Und ich hatte im Hinterkopf hier kleine Empfehlung, der große böse Fuchs ist ein französischer Comic über einen Fuchs, der drei Eier entführt, weil er sie fressen will. Und dann denken die Eier aber, die schlüpfen dann und denken, er ist ihr Papa. Also passt so ganz minimal dazu und der ist sehr lustig, weil es eben auch viel um Erziehungswitz dann geht. Und deswegen war ich so ein bisschen abgeflacht für den Fuchs als Figur und ich finde, der wird auch nicht ganz gut eingeführt, was denn seine Motivation dann ist. Die wird auch nur so kurz gedroppt und Brightbill, da mochte ich das Design, als er dann größer wird. Da musste ich mich erst reinfinden. Hat mich aber, wie gesagt, ich fand den Film trotzdem toll, hat mich jetzt nicht so stark gestört und daher bleibe ich bei Ross, den fand ich cool. Der hat mir total gefallen, weil der so viele Formen annimmt und so viel macht in dem Film. Fand ich gut. Und du? Welche Figur hat dir am besten gefallen? Die Opossums zählen ja nicht als Figuren, weil die ja wirklich, also das ist nicht böse gemeint, aber die sind ja in erster Linie Gag-Lieferanten und zwar richtig gute und zuverlässige Gag-Lieferanten. Und am Ende haben sie natürlich so einen Moment, wo man dann denkt, okay, jetzt sind diese ganzen, also ich finde es ja super, wenn ein Film darauf aufbaut, dass er so Sidekicks hat, die gute Gags machen. Das ist ja bei Disney sehr beliebt. Manche Filme haben zu viel, manche haben zu wenig und hier ist es einerseits das genaue Maß und andererseits zahlt auch dieses wieder ein, dass man am Ende dann das Gefühl hat, ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern, aber diese ganzen Opossums haben dann auch so einen Moment, wo man denkt so, ach ja, genau so ist es und jetzt habt ihr es erfasst und auch die Opossum-Mutter hat so einen Moment. Dann denke ich so, ah, das passt alles sehr gut zusammen. Mein Favorit war tatsächlich, und jetzt muss ich überlegen, wie die Figur heißt, das ist die von Bill Nighy gespielte, also die etwas später in der Handlung einsetzt. Die Oberganz. Genau, im Deutschen gesprochen, von der Synchronstimme unter anderem von, ich glaube mittlerweile Tom Hanks und von John Malkovich, also wer, ich weiß den Namen leider auch gerade nicht aus dem Kopf und hab ihn vorher nicht recherchiert oder gegoogelt, also der so etwas kratziger in der Stimme klingt und der war toll, also das war so eine Figur, ich würde jetzt so sagen, so eine übergeordnete Mentorenfigur, auch, dass man das Gefühl hatte, ja, ich weiß eigentlich genau, was mit dieser Figur am Ende passieren wird, aber trotzdem hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert, das muss ich wirklich sagen. Ohnehin, also ich hatte das ja schon gesagt und bei dir ging es ja eigentlich ähnlich. Ich muss auch sagen, so sehr ich weiß, dass ich hier quasi manipuliert wurde und du hast das auch so schön ausgedrückt, für mich hat der emotional auf der ganzen quasi Klaviatur gespielt. Es hat für mich total funktioniert. War das bei dir auch so oder sagst du, naja, also komm, ein bisschen Stinker war schon dabei, das und das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, ich hab schon hier durchaus Punkte, die ich kritisiere. Ich hab sie hier schon erwähnt immer mal wieder, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass der Film, erstens, weil er so geil aussah, hat er mich gekriegt, zweitens, weil die Geschichte irgendwie süß erzählt ist mit auch süßen Randfiguren, wie du es auch gesagt hast und drittens, weil ich als Elternteil oder Mutter sowieso total leicht mit solchen Geschichten gecatcht werde. Also ich heule ja schon, wenn ein Vogelkind das Nest verlässt und alles. Also das ist total, da mach ich es dem Film auch nicht wirklich schwer. Man kann hier durchaus Sachen kritisieren, ganz klar an der Story, an den Figuren, was weiß ich, an der Animation und im Aussehen nicht. Aber trotzdem hat der mich emotional auch total bekommen. Zwischenfrage oder kleiner Ausflug, wenn du auch sagst, nee, möchte ich nicht sagen, sagst du einfach keinen Kommentar. Ist das bei dir auch nochmal als Mutter schlimmer, also schlimmer in den furchtbaren Anführungszeichen geworden, dass du auch bei völlig normalen Dingen manchmal in Filmen einfach da sitzt und sagst, nee, das kann ich nicht, das geht nicht mehr. Also ich sag's schon mal, bei mir ist so ein Film wie Interstellar, den fand ich 2014, als er im Kino kam, schon so, dass ich da am, war ich wieder so am Rand des Tränentals, aber bin ich reingegangen. Und mittlerweile als Vater reißt der mich teilweise richtig rein, also es ist richtig schlimm geworden. Und das ist auch bei anderen Filmen, es sind nur kurze Momente durch den gleichzeitig, nee, geht nicht. Also so ein Film wie Systemsprenger zum Beispiel, konnte ich nicht zu Ende gucken. Ja, ja, aber wie gesagt, auch bevor ich Kinder hatte, so Tierdokus, wo irgendwie Tiere, eben Tierkinder gehen müssen oder ihre Eltern verlassen, da muss ich schon heulen, das ist total lächerlich. Und ich glaube, mir ist es auch aufgefallen, als ich irgendeinen Fantastic Beasts geguckt hatte und an irgendeiner Stelle wird so ganz subtil oder weniger subtil, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, gezeigt, wie ein Kind ins Meer geworfen wird. Und das ist gar nicht die emotionale, der Anker dieser Szene. Ich meine, es ist da auch schrecklich, weil es nur mal passiert. Aber das hat mich so fertig gemacht in dem Moment, dass ich dachte, okay, das soll einen, glaube ich, nicht so fertig machen, wie es mich in dem Moment fertig gemacht hat. Und also Antwort auf jeden Fall, seit ich meine Kinder hat es, die Emotionen und vor allem, wenn es mit Familie, Kinder, Verlassen, Verantwortung, Aufgabe, blass. Und wenn irgendjemand, wenn es irgendwie darum geht, dass Kinder groß werden, das finde ich ganz schrecklich. Irgendwie, da bin ich jetzt schon, oh Gott, ja. Ich muss ganz viel noch gucken, um die Katharsis vollends durchzuleben, damit es mich dann nicht mehr so ficken wird. Entschuldigung, die Aussprache. Ja, das war blumig unbeschrieben, das ist alles schön und alles fein. Ich wollte noch eine Sache zu Fink sagen, die ich fast vergessen hätte. Zum Fuchs, ja. Du sagst es auch, du fandst ihn so ein bisschen reingemogelt oder so ein bisschen Motivation, war nicht ganz so ausgespielt und ausgebaut. Ich hatte sehr große Erinnerungen an Ice Age. Da ist ja auch der, wie heißt denn der, der Siebelzahntiger oder was der ist. Er wird im Deutschen so schön gesprochen von Thomas Fritsch, damals, Gott hab ihn selig. Und da hatte ich immer das Gefühl, der hat ja auch dieses Hinterlistige und ist ja so ein bisschen so, ja, ich führe euch dahin, aber eigentlich habe ich noch eine ganz eigene Agenda und brauche dann am Ende diese große Läuterung. Das fand ich hier ganz cool, dass der Fuchs zwar diese, wie in der Fabel und ich finde auch der wilde Roboter ist ja an der Sicht so eine Fabel über verschiedene Themen, dass er hier quasi auch diese List immer noch in sich trägt. Aber ich finde so im Laufe der Handlung kleckert das so immer weiter aus und auch aus Fink wird so eine Figur, die man durchaus schätzen und mögen zu lernen, oder? Also genau, ich habe gerade nachguckt, Diego heißt er, nur dass wir es hier vollständig haben, der Siebelzahntiger. Genau, also der Fuchs, der ist halt ein Bauteil in der Gesamtgeschichte und der ist dann, hat dann halt manchmal hier und da ist er nicht vollends gut gezeichnet, aber er hat seine Aufgabe und die kriegt einen runden Bogen am Ende und von daher war es für mich dann akzeptabel. Ja, ich habe einen kleinen Kritikpunkt oder einen kleineren bei mir, deswegen hat man von mir noch nicht so viel Mekelei gehört, aber es gibt so einen Moment, da ich dachte, okay, das ist mir jetzt zu viel des Guten. Das ist ein leichter Spoiler, aber eigentlich auch nicht so ein schlimmer. Da geht es darum, dass ein paar Tiere auf einmal ein neues Habitat brauchen und da dachte ich so, okay, jetzt spielen sie auch noch dieses Arche-Nord-Thema so ein bisschen aus und das war, das ging mir zu schnell einerseits und andererseits dachte ich, okay, wo willst du jetzt hin damit? Also, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir bleiben so ein bisschen kryptisch damit, niemand sagt, das ist aber gespoilert. So gegen Ende, Ende. Nee, nee, also schon so, ich würde mal sagen, ich glaube, wenn ich es noch richtig erinnere, so in der Mitte des Films, da gibt es dann so einen Moment, wo eine gewisse Zerstörung, glaube ich, passiert und da werden dann viele Tiere auf einmal in ein neues Heim sozusagen umgesiedelt und da dachte ich kurz, okay, das ist jetzt irgendwie total Arche-Noah-Prinzip-mäßig und es war mir auch dann vielleicht für Ross an sich als Figur ein bisschen zu sehr vermenschlicht. Aber wenn du sagst, nee, das ist dir gar nicht so aufgefallen oder du kannst dich nicht erinnern, scheine ich da den wahren Stinker ausgemacht zu haben. Mir ist nur was am Ende aufgefallen in die Richtung und da hatte ich durchaus Kritik, wie denn diese Tiere in ihrem neuen Habitat denn alle so zusammen leben, aber da muss man den Film jetzt gesehen haben. Also da, ich habe auf jeden Fall Kritik zu dem Film, auf jeden Fall, aber das ist einfach egal. Hast du noch Kritikpunkte, die du äußern möchtest, weil, also wir können natürlich sagen, das ist egal, aber vielleicht sagen der eine oder eine Hörerin, das war mir jetzt nicht unkritisch, das war mir zu unkritisch, ich bin nämlich ehrlich, ich habe einen kleinen Haken gehabt, ansonsten, das wird man ja auch irgendwann mal lesen können, bin ich fast wunschlos glücklich aus diesem Film gegangen. Ich fand ihn nicht zu lang, ich fand ihn vom Pacing her, er nimmt einen ganz schönen Temporun, aber es ist alles im Rahmen, wie ich finde. Er hat tolle Entwicklungen dabei, er hält sich zumindest das, was ich sagen kann, sehr nah an die Buchvorlage und das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ich brauche zwar kein abgefilmtes Werk des Romans, aber ich finde es ganz cool, wenn man sich nicht allzu große Freiheit nimmt. Also ich ziehe nochmal den Vergleich kurz zu Die Schule der magischen Tiere, da haben du und ich drüber gesprochen und da hast du das Gefühl, also ich muss dazu sagen, ich habe die ganzen 14 Bände nicht gelesen, die es da glaube ich gibt, aber ich habe mindestens mal bis Band 7 vorgelesen und dann merkst du, dass der Film eigentlich gar keine Buchadaption ist, sondern sich einfach nur so Bestandteile aus verschiedenen Büchern nimmt und die zusammenmixt, aber das ist dann halt wie so ein Barkeeper, der so ein Barkeeper-Buch gelesen hat, aber das nie gelernt hat und einfach zusammenkippt und am Ende sagt, fertig, schmeckt. Also du sagst, du hast vergessen umzurühren, mach das bitte nochmal. Ja, du meinst so, wenn man, dass man bei vielen modernen Filmen auch sieht, dass man das Gefühl hat, die reproduzieren einfach nur, was sie gesehen haben, ohne selbst irgendwie Gefühl mit reinzubringen und irgendeine Message transportieren zu wollen. Ja, okay, bei Schule der magischen Tiere, es ist halt ein krasser Bestseller und es werden nie alle Bücher verfilmt. Natürlich wird da gemischt, aber wenn dann dieses fehlt, was du sagst, dass dann die Essenz verstanden wurde. Was ich beim, das Einzige, was ich beim Buch noch sagen kann, ohne dass ich es gelesen habe, ist, dass der Stil der Illustrationen, dadurch, dass sie nur schwarz-weiß sind, soweit ich das gesehen habe, das ist schon anders, als der Film dann umgesetzt wurde. Es sind, ich weiß nicht, welcher Stil das ist, die Illustrationen und wer jetzt krasser Fan ist von den Illustrationen im Buch, der muss sich hier bestimmt auch umgewöhnen, aber wenn es inhaltlich genau oder so ähnlich ist, dann finde ich das schon ziemlich cool, das gefällt mir gut. Und zur Kritik, ich habe meine Kritik hier immer mal tröpfchenweise einfließen lassen, ich glaube, das reicht. Ich will hier auch sagen, man kann hier ganz klar was kritisieren, es ist ganz klar pathetisch, aber es passt irgendwie als Gesamtpaket sehr gut und dadurch, dass der Film auch noch so ultra geil aussieht, ist es einfach ein guter Film. Ja, cool. Wenn du schon nicht weißt, was das für ein Stil ist im Buch, dann, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Wasserfarben, Bleistift, ich habe es mir nicht so genau angeschaut. Tinte? Okay, das kann sein. War auf dem Hörbuch leider nicht rauszuhören, welche... Sagt er dann nicht, beschreibt er nicht immer so für Taubstumme dann die... Ne, es heißt nicht mehr Taubstumme, gehörlos? Jetzt weiß ich den korrekten, betrifft nicht mehr. Egal, beschreibt er die Bilder dann nicht. Menschen ohne Gehör, ich weiß es auch nicht, muss ich dann zu meiner Stande... Gehörlos, genau, weil sie nicht stumm sind. Was ich lustigerweise noch zum Hörbuch erwähnen muss, auch wenn wir über den Film sprechen, aber das Hörbuch macht das lustigerweise so, dass man nicht mehr von liebe Leser dann angesprochen, oder als lieber Leser angesprochen, sondern als liebe Hörerinnen und Hörer. Das fand ich ganz pfiffig. Ich hab tatsächlich auch nichts mehr auf der Liste. Ich hab mein Fazit eigentlich auch schon gegeben. Ich hätte noch so eine Kleinigkeit, die ich fragen müsste. Ja. Da würde ich dann aber kurz eine Spoiler-Warnung rausfeuern, weil ich nicht möchte, dass jemand sagt, ah ja toll, jetzt habt ihr eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr drüber gesprochen und am Ende auch noch so einen Spoiler rauszupfeffern. Deswegen, also von mir eine klare Empfehlung, geht ins Kino, geht mit eurer Familie ins Kino, wenn ihr eine habt, geht allein ins Kino, sorgt dafür, dass der wilde Roboter... Das klingt bei so einem Film von einem fetten Studio wie DreamWorks und Universal, die das vertreiben, so ein bisschen bescheuert zu sagen. Ihr müsst da unbedingt reingehen, damit der Film erfolgreich ist. Aber ey, bitte doch, wenn dann sowas zusammen gucken und sowas als Ereignis im Kino erleben. Das ist ein Franchise, das ist irgendwie halb, okay, es ist nicht originär Film, aber es ist eine völlig neue Reihe, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen mit dem Reihenthema. Und es ist wirklich ein schöner Film, der, wie hier Timo schon meinte, sich lohnt zu gucken und für Erwachsene und für Kinder gleichermaßen. Ich will ihn auf jeden Fall nochmal mit meinen Kindern sehen. Ja, das kann ich echt gut verstehen. Ich bin ein bisschen traurig, meine Kleinste ist ja leider noch nicht sechs, das heißt, die wird dann leider noch nicht gucken dürfen. Das ist ja, also bitte, liebe HörerInnen und Hörer, nicht wie bei Super Mario Bros. sich mit den Kinobetreibern anlegen und sagen, ja, aber der ist schon sechs, der kann da schon gucken, der kleine Kevin. Nee, darf er halt leider noch nicht und das tut mir tatsächlich ein bisschen in der Seele weh. Aber das wäre cool, wenn ihr das dann auch akzeptieren könntet. Ich meine, der böse Stu sagt ja dann immer so schön, naja, das sind zwei Wochen oder drei Wochen ja eh im Streaming. Aber guckt ihn euch im Kino an. Der ist wundervoll animiert, der hat eine tolle Botschaft. Der macht auch sowas wie, ich finde, ich will das nicht Diversität nehmen, aber sowas wie Heterogenität in so einer großen Gruppe findet er. Macht er tolle Themen auf und sagt das nicht so mit dem Holzhammer, sondern macht das doch relativ sutil und dezent. Das hat mir echt gut gefallen. Er hat genau dieses Don't listen to the man, find your own way so ein bisschen. Und ich glaube schon, dass ich den mit meinen Kindern im Stream gucken würde, aber nur, weil ich ihn vorher auf der großen Leinwand bereits gesehen habe. Meine Kleine ist vier und ich saß im Film und habe überlegt, wäre das was für sie? Von der Story her schon, aber es gibt ein paar Stellen, mal abgesehen von dem stressigen Pacing, die sind ein bisschen übertrieben wild. Also es gibt Verfolgungsjagden, es gibt krasses Wetter und das könnte visuell vor allem zu viel sein für unter Sechsjährige. Ja, das glaube ich ist auch der Grund. Also die FSK 6 ist jetzt nicht, weil irgendwie Blut fließt, das schließt sich auch fast schon aus, weil hier natürlich Tiere und Roboter im Zentrum stehen oder zieht sie zumindest fast aus. Es ist jetzt keine große Gewalt, aber es gibt so, ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt. Bei zwei, drei Szenen dachte ich aber, nee, das ist glaube ich zu gruselig. Das wird glaube ich eher schwierig. Ja, oder zu hektisch. Dieses Hektische ist es oft, ja. Dann hängen sie da im Kinosaal. Ja, Mama, wird das gut? Schaffen sie es? Ja, ja, sie schaffen es. Ja, meine Kleine hat immer schon Angst bei den Zeitreisen im Bibi und Tina Film. Das mag sie gar nicht, da will sie mal vorspulen. Ja, apropos vorspulen. Wer jetzt den Spoiler-Bereich überspringen möchte, tue das bitte. Ich muss nämlich eine Frage stellen, die ich wichtig finde, die mich zumindest bei der Bewertung nicht gestört hat, aber die ich zumindest aufwerfen und von Schlogger zumindest interessiert mich da deine Meinung. Okay, also Spoiler. Deswegen, kurzer, milder Spoiler, wer jetzt kein Problem hat, wir erzählen jetzt nicht das Ende des Films, aber ich habe eine Frage, die sich zumindest damit beschäftigt oder damit befasst. Spoiler, 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 wer jetzt noch hört, auf eigene Gefahr. Es gibt ja, in der Recherche habe ich es rausgefunden, ich wusste es auch nicht, es gibt ja eine Trilogie, eine Roman-Trilogie von Peter Brown. Das heißt, es wären noch zwei weitere Bücher zu adaptieren und zu verfilmen. Ja. Das bietet Potenzial für eine Trilogie, aber gehst du mit, wenn ich sage, dass sich das mal nicht so anfühlt, wie etwas, von dem man denkt, ah ja, das ist jetzt der Anfang und es geht auf jeden Fall noch weiter. Also, oder anders gefragt, könntest du auch nur mit einem wilden Roboter leben und hättest trotzdem das Gefühl, du hättest einen runden, abgeschlossenen Film gesehen? Ähm, also ich wusste, dass es mehrere Teile sind und die Kritik war dann auch hier in meinen Kreisen, dass sich der Film anfühlt, aber wir wussten nicht, um was es in den anderen Büchern geht, dass der Film sich teilweise anfühlt, als wären da mehrere Teile reingequetscht worden. So ist es aber nicht, der Film ist wirklich nur der erste Teil. Und von daher, also ich, das wusste ich aber nicht, also ich wusste, es gibt mehrere Bücher, aber wusste nicht, was die Story ist und deswegen dachte ich, okay, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der Film eigentlich abgeschlossen ist, weil er vielleicht eventuell alle drei Teile behandelt hat. Also für mich kann der Film da enden und jetzt, wo ich weiß, um was es in den anderen Teilen geht, wäre ich gespannt, wie sie das erzählen würden, brauche es aber auf keinen Fall. Ja, ich weiß noch nicht, wo es in Teil 2 und 3 in den Büchern drum geht. Ich werde aber überlegen, ich glaube, die gibt es momentan nur in englischer Sprache, wenn ich das richtig gesehen habe, oder hast du auch eine deutsche Ausgabe für Teil 2 und 3 gefunden? Also der, wir sind ja im Spoiler-Bereich und haben noch gar nicht gespoilert, ne, eigentlich? Nee, wollen wir das denn? Also wir können ja. Also der zweite Band heißt ja The Wild Robot Escapes und der dritte heißt The Wild Robot Rescues. Und was er da genau rescues, also rettet, ist, weiß ich, also einfach wahrscheinlich die Insel, keine Ahnung, mehr genauer gibt es nicht. Und Escape könnte schon ein kleiner Malder-Spoiler vielleicht sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte vorhin wieder in der Überlegung, hatte ich so einen Film, den ich als Vergleich nehme, der sich dann wirklich so anfühlte wie, also natürlich, klar, Dune Part 1 ist so das Paradebeispiel, dass du das Gefühl hattest, ja, ohne Teil 2 geht es irgendwie nicht. Across the Spider-Verse ist auch so, dass wir sitzen, aber es ist ja auch schon der zweite Teil einer Trilogie, wo wir also beide ja auch im Kinosaal nebeneinander saßen und dachten, okay, und jetzt, wann geht es weiter? Also du wusstest das auch nicht? Ich wusste das, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Und hier, was hatten wir noch? Mission Impossible ist auch so ein offenes Ende. Und war es nicht auch bei Fast and the Furious, dem letzten Teil? Ja, oh, da gab es nicht nur ein offenes Ende, da gab es gefühlt irgendwie eine klaffende Wunde oder klaffende Wunden. Das ist, oh ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das zu Ende bringen. Sehr gespannt ist jetzt gelogen. Ich bin curious, also ich glaube, das wird irgendwie... Ja, was ist denn deine Prognose? Würde es hier noch mehrere Teile geben? Oh, ich hoffe, also ich wollte dich quasi fragen, ich stelle eine Gegenfrage. Hättest du nochmal Lust, visuell und über die Filmebene in diese Welt einzutauchen? Würdest du dir den zweiten und dritten Teil gerne angucken oder sagst du, ha, dieses Furiosa, Mad Max, Fury Road Ding, ich weiß jetzt, wie gut der erste Teil ist oder wie gut der Teil ist. Es wird sich immer damit messen lassen und da kann der nur abstinken. Wie ist das bei dir? Also da muss die Geschichte dann gut sein. Es ist ja, also ich bin ja auch ein großer Spider-Verse-Film. Ich fand die alle großartig. Ich habe Bock auf mehr. Das war ein absoluter Wahnsinnsritt durchgängig und das könnte der wilde Roboter auch sein. Auch die nächsten Teile, wenn denn die Story gut ist und nicht zu... Dass du merkst, okay, hier wurde irgendwie noch Geld rausgequetscht mit einer nächsten Story. Aber wenn das gut ist, dann freue ich mich drauf. Aber bitte nicht nur visuell. Das sage ich jetzt mal. Vielleicht bin ich dann, wenn der nächste käme, in ein, zwei Jahren so ausgehungert, dass ich alles nehme, was ich so visuell kriegen kann. Ich möchte nur eine Sache nicht haben. Es stehen ja vor den Toren und am gleichen Tag startet ja auch Joker, Folie, Adieu. Bitte nicht dann im Marketing erst sagen, nein, das ist ein Einzelfilm und wir wollen keine Adaptionen oder keine weiteren Fortsetzungen. Und dann am Ende so, wenn das dann richtig geschmiert... Ich hoffe ja, es läuft bei der wilde Roboter an den Kinokassen wie geschnitten Brot. Aber bitte nicht sagen, ja, wir haben schon während der Phase, haben wir schon gesagt, so was sind so Ideen für Teil zwei und drei. Gruß an Todd Phillips. Allein schon deswegen bin ich bei Joker, Folie, Adieu, sehr voreingenommen, weil ich das echt doof finde zu sagen, nein, das ist ein Einzelfilm und dann merkt man, oh, der hat eine Milliarde eingespielt. Fortsetzung. Da sind wir ja mal sehr gespannt drauf, auf den Joker. Aber wir bleiben beim wilden Roboter und ich wage jetzt schon die Prognose, dass der wilde Roboter ein besserer Film ist als Joker 2. Hot Take. Hot Take von Schlogger. Live hier on Air. Ja, so ist es. Wenn ihr weitere Hot Takes von Schlogger im Bereich des Horrorfilms hören und sehen wollt, dann müsst ihr natürlich am jedem... Ich hätte fast gesagt, wir haben ja noch in diesem Jahr, wir hatten einmal Freitag den 13. und wir kriegen ihn mindestens noch einmal mehr. Das ist natürlich für euch, für dich und du, die immer am 13. ihre neue Folge von Schocker mit Schlogger raushauen, ist das ja ein Traum. Verrat uns einmal, was hattet ihr zuletzt bei Schocker mit Schlogger und was steht zur Wahl für die Community für die nächste Ausgabe? Genau, Schocker mit Schlogger, da muss ich Horrorfilme gucken, die ich nie geguckt habe, weil ich ein Schisser bin, aber gerne gute Filme gucke. Und wir hatten letztes, wie du schon gesagt hast, die letzte Folge ging um Freitag, der 13. Das war das Remake aber, ne? Das Remake in Anführungszeichen, weil es ist ja eigentlich gar kein Remake, dreist, aber es war der erste Film, den ich mit Jason gesehen habe. Also das war sehr spannend. Und die nächste Folge, da wird es um Halloween gehen. Habe ich auch noch nie gesehen, ich weiß noch nichts über Halloween, außer wie der Typ aussieht. Nicht Mike Myers, sondern Michael Myers, mehr weiß ich nicht. Mike Myers ist Yeah Baby, Michael Myers ist Yeah Baby. Ja, da hört auf jeden Fall mal rein, der gut ist du und die Schlocker. Du bist ja echt mal so ristet in dem Bereich. Das finde ich krass. Also es gibt ja so Filme, Horror ist ja, ich sage jetzt nicht per se, nicht mein Genre, aber es gibt halt so Sachen, die ich mir im Leben nicht angucken würde. Die gibt es bei mir auch. Und das ist schon krass. Ja, aber wenn du dann erzählst, so wie oft du weggeguckt hast, denke ich auch schon, ey, die Arme, was die da wieder durchleiden musste. Nur für den Fame, sage ich nicht, sondern um auch ein bisschen zu unterhalten. Nur für den Kick für den Augenblick. Oh, daran merkt man, wie alt wir sind, wenn wir hier Tic-Tac-Toe zitieren. Nein, weil die Filme ja trotzdem gut sind. Ich will die ja trotzdem sehen. Das gibt so viele gute Filme. Ich weine auch ein bisschen, weil ich niemals Hereditary gucken kann. Und der Film ist, glaube ich, ein richtig geiler Film, aber ich kann den einfach ums Verrecken. Ich werde den niemals, der wird mich zerstören. Ja, aber wie oft werde ich das noch sagen? Deswegen mache ich diesen Podcast, weil es so viele gute Filme gibt, die leider Gottes dann einfach beschissen Horror sind. Bis irgendwann Stu das Voting einstellt, soll es schon locker Hereditary gucken oder Hereditary? Oder Terrifier 2, 3? Ja, dass du es sagst. Also genau das sind die Filme, wo ich sagen würde, nö, mache ich nicht. Mache ich. Sind wir nicht dabei. Wie kommen wir jetzt von Wild Robot auf Terrifier? Es ist eine schöne Brücke, die wir hier, ach, weil du so schön Werbung gemacht hast für Schocker mit Schlöcker. Richtig. Danke dir. Jetzt machen wir auch noch Werbung für Timos Fußball-Podcast. Ach. Ach. Die Liberbros. Ja, die Liberbros und die Liberbros. Das ist einfach immer schwierig, wenn die eigene Mannschaft, also Borussia Dortmund. Oh nein, okay, jetzt holt der aus, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, Leute. Entschuldigung. Nee, aber das macht momentan, es macht ja viel mehr Spaß, über so tolle Filme wie der wilde Roboter zu sprechen, als wenn die eigene Mannschaft momentan wieder durch ein bisschen Struggle geht, wie man Neudeutsch sagt. Ich würde viel lieber einmal Werbung machen in eigener Sache, was den Tele-Stammtisch angeht. Wir haben ja seit, doch schon der ganzen Weile, so einen Community-Server beim Discord. Und die Schweine von Mieter haben unsere Instagram-Kanäle geklaut. Die haben die einfach gesperrt. They took our jobs. Yes. But they can't took our freedom. Und ihr könnt euch diesen Freedom auch nicht nehmen lassen. Joined einfach, also seid einfach unserem Discord-Server, packen wir in die Show-Notes und ja, lasst euch von mir manchmal anlabern von der Seite. Schlogger ist da immer sehr wenig aktiv. Das ist sehr clever von dir. Willst du gelten, mach dich selten. Ich lurke nur. Was ist lurken? Lurken ist, wenn du nur liest. Ah, okay. Ach so. I'm just reading. I'm just listening and reading. Und dann denkt jeder, okay, die ist gar nicht da, wir können über die lästern. Aber ha ha. Ha ha ha. Genau. Edgy Bad. Also da freuen wir uns. Ansonsten schaut ihr auf www.tele-stammtisch.de und ansonsten findet ihr uns eigentlich ja überall, wo es Likes gibt, aber diese sind irgendwie gerade ein bisschen eingeschränkt. Schlogger, ich danke dir für die Zeit. Danke dir. Ich mache nicht diese letzte Wortnummer, habe ich keine Lust zu. Wir sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten guten Film. Schöne Schlusswort. Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Wo ist der Ausknopf? Von wem bist du fängst? Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.